Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Den Begriff Asexualität habe ich gefunden, als ich 19 war, denke ich, also vor 5, 6 Jahren. Und das war eben für mich sofort so, dass es Klick gemacht hat und dass ich wusste, also das ist der Begriff für mich sozusagen, nach den ganzen Labels, die ich ausprobiert habe, nach allem, was irgendwie so gepasst hat, aber dann doch irgendwie wieder nicht, war das dann so für mich total offensichtlich. Aromantik, das hat so ein bisschen länger gedauert. Das war auch für mich sehr schwer zu verstehen, eben weil ich so das Gefühl hatte, eben nicht genau unterscheiden zu können zwischen diesen romantischen Gefühlen und dem, was halt als freundschaftlich bezeichnet wird und allem, was so dazwischen liegt. Das heißt, ich kannte den Begriff aromantisch etwa so ein Jahr, nachdem ich Asexualität kennengelernt habe. Es hat aber wesentlich länger gedauert, bevor ich auch akzeptieren konnte, dass das halt auch irgendwie mich beschreibt. Also das war, denke ich, so vor 3 Jahren. Und das andere noch, also das mit dem, dass ich mich eben als nicht binär identifiziere, das war auch ein ganz langer Weg. Da habe ich irgendwie auch schon so während der Pubertät irgendwie angefangen zu merken, ja, diese Weiblichkeitsrollen, das ist irgendwie so ein bisschen komisch und damit komme ich nicht so klar. Ich habe zum Beispiel so in der Pubertät dann angefangen, nur noch ganz weite, schlabbrige T-Shirts zu tragen irgendwann und dann auch möglichst knallbunt mich zu kleiden, um irgendwie davon abzulenken, dass ich Brüste habe und so. Also das war für mich ein ganz komisches Gefühl und ganz unangenehm und ich habe halt so alles Mögliche irgendwie versucht, um damit umzugehen. Ich habe aber nie so richtig gewusst, was das jetzt eigentlich soll, weil zum Beispiel das Wort nicht binär oder dass es irgendwas gibt, was halt nicht männlich oder weiblich ist, das, ja, das habe ich nicht gekannt. Und auch als ich dann halt mich mehr in queeren Kreisen bewegt habe und dann sowas wie Trans kennengelernt habe als Begriff, habe ich nicht sofort verstanden, dass das was mit mir zu tun hat, weil es für mich eben immer noch so war, ja, man kann halt, transmännlich sein oder transweiblich, aber das war halt beides nicht so das Richtige und es hat lange gebraucht, bis ich halt so verstanden habe, was das bedeutet, nicht binär zu sein und dass es da auch andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht und so. Und da, ja, bin ich jetzt gerade eigentlich noch immer so mitten in dem Prozess drin.